Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Darksiders Ich habe keine Ahnung mehr was wir machen mit Wirklich absolut nichts Haben wir nicht irgendwo irgendein Questlog, wo wir sehen was wir machen? Da vielleicht? Weltwerte Tipps Ah, vernichte den Stügern Und wir müssen ihn hindern Schön, gutes Wissen Danke schön Ja, es ist schon ewig her, dass ich gespielt habe Das kommt halt auch an, wenn man immer nur in so... Etappen aufnimmt Und ja, das heißt ich werde wahrscheinlich am Anfang jetzt auch voll ablosen Was kämpfen angeht Also noch mehr als schon Weil ja, manchmal könnte ich mich selber schlafen Aber nein Aber nein Wir gehen jetzt schon mal nach hinten Lange weg Ah, ich hasse das wenn... RPGs... Das ist ja auf eine Art das Hack and Slay RPG Ich hasse das wenn RPGs das machen zu verwege Ja, auf... Das ist das eine Ende der Möbe Und nachher... Oh, auf das andere Ende der Möbe Ich meine, können wir jetzt so durch Habe ich den Schlüssel ausgerüstet Habe ich den Schlüssel ausgerüstet Wo mache ich euch da? Das ist nicht was ich gebrauchen Da Äh, so... nein Nein... so... nein... Hä? Moment So... Was? Aha... Okay... Jetzt sollte vielleicht schauen was oben ausgerüstet ist Und nicht was unten ausgerüstet ist Ja... Da kommen wir... Da kommen wir nicht weiter Dann gehen wir doch da rein Das sieht heimelig aus Schon wieder... Schon wieder... Ein Abwasserkanal Lustig dass Abwasserkanäle das einzige sind Was wirklich überlebt hat Naja... Kanäle... Das in den Kanälen offenbar nicht Hallo Zombies Kann man da durch? Das ist cool wenn wir das zerstören Und unsere Heimgang freischalten Aber naja... Ähh... Kamerasteuerung Hallo... Ich meinte... Ich kann ja zum Glückgott auseinanderreissen Wie mache ich euch am besten Platz? Einfach dreilatschen Einfach dreilatschen Fun... Und... Wir machen wieder einmal den... Luftzirkus-Clown-Akrobatik-Master... Whatever... Ähm... Wieso chillt ihr uns noch da oben? Wenn er nicht irgendwie mich angriff oder so Hallo... Vögele... Da... Und... Jetzt müssen wir das riesige Tor öffnen Sieht sehr stabil und sehr GANZ aus... Vor allem... Sieht fast aus... Das wärs neu... Ähm... Moment... Falsch... Punkt... Ähh... Was ist das? Das sieht aus wie so einer... so aus einer Kirche Nutzen von Chronosphären Äh ok, Chronosphären bewahren die Kraft die man braucht um die Zeit zu verlangsamen Ok, benutzen sie die Kreuzklinge um Chronosphären aus die Fähre zu aktivieren Tönt logisch Verlangsamen die Zeit um Gefahren zu entkommen oder Rätsel zu lösen Ja wahrscheinlich kann man das Tor nicht öffnen und innen latschen Nehm ich jetzt einfach mal an Ja Also Oder was, Moment, Aktion Ok, machen wir das Tor auf Because we can Und jetzt laufen Oh wow Oh 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 god das ist echt knapp Und das sieht tatsächlich aus als wäre das von Engel gemacht Also ich kann mir sich vorstellen dass Dämonen sich Zeit nehmen um so einen Scheiss Ähm So einen Scheiss Kreis dort nicht zu machen Aber was auch immer der Kreis dort bewirkt Wahrscheinlich Abwehr von irgendwelchen Hölle Viecher Das hat nicht wirklich funktioniert Wie man da sieht Aha 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 Und Uäh Und tot Please Stimmt der explodiert ja Stimmt der explodiert ja Habe ich fast vergessen Er hat fast reingelatscht Ähm ok Noch mal eine Kiste mit noch mehr Seelen Und ich wieder nicht weiss was ich solle posten im Shop nachher Ok Die Waffen könnten ich auch mal ein wenig mehr testen Also für einzelne Gegner wie der Explosions-Klops dort Wie viel Ey sogar Zombies brauchen mehr als ich weiss nicht wieviel von den Schlägen Vielleicht kann man ja im Shop unsere Waffen ein wenig aufrüsten Das wäre gar nicht so schlecht Ich glaube da sind wir rauf gekommen Ich gehe mal hier weiter Und so Jetzt noch hinten noch Ja immer umdrehen Merkt ihr das? Immer umdrehen Ich könnte immer irgendein Secret haben Oder einen kleinen Schatz Wenn wir noch eins Und wir sind wieder drin Aber wir haben keine JEEEY Jetzt gibt es ja überhaupt nichts zu erzählen Trockenen Straßen Schöööö Die Oh die Schütte Die sieht ein wenig Ageräuger aus Aber sie sind genau gleich einfach Well Ich habe nichts gesagt Sie sehen zwar hässlicher aus Aber sie sind genau gleich einfach Schön Und Die Zombies Sie sehen auch wirklich schwieriger aus Aber immerhin, ich glaube, wir können in ein neues Gebiet, das interessant sein könnte. Wow! Okay, ihr habt Fernkampfangriffe. Das finde ich voll uncool. Schön! Schön, schön. Das ist also ein New York geworden. Oder Manhattan oder was weiß ich. Und ein totes Vogel. Oh nein! Das macht aber viel zu viel Spass. Die platzen halt so lustig. Kann ich auch nicht dafür. Äh, ja. Lackerschöner Auto. Ist da aber irgendwas? Irgendwie nicht. Ah, Katzin. Das ist da. Oh mein Gott, was sind die. Untote Vögel. Oh Gott. Was zum F*** sind ihr? Ihr seid keine Engel. Das sehe ich jetzt schon. Oh, nice. Ihr sind... Ihr scheint sehr... ...undwurzig. Ja! Ah! Uh, jo! Okay, wir sind nicht so stark bei Engel. Irgendwann muss ich ja einen Drawback haben. Okay. Nein, wirklich. Das haben sie aber gut erkannt. Uh! Weisst du, ich stehe da einfach so in der Öffentlichkeit rum quasi. Und sie müssen sich gegenseitig extra noch sagen, dass ich komme. Ist ja nicht so, als wäre es offensichtlichste auf der Welt oder so. Ich würde gerne mal einen Finisher machen. Oh! Oh! Was sind denn ihr? Sind ihr Leute, die irgendwie gar nicht... ...em... ...Tüfel in die Hölle gefolgt sind oder so? Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere. Sind doch Dämonen sowieso... Ähm... ...mal Engel gewesen oder so? Oder ist das nur der Einti gewesen? Weiss gar nicht. Es gibt auch diverse Theorien. Was bekommen wir morgen? Ähm... Ein Stückchen Leben! Awesome! Ähm... Dort hinten hätte ich noch mal etwas, was ich gerne hätte. Die Map ist noch ein wenig offen. Das finde ich eigentlich noch relativ geil. Ja, Artefack. Dankeschön. Äh... ...abgesehen davon, dass ich da vielleicht jetzt nicht runterfallen soll. Aber da sollte ich aber keinen. Das sind auch immer die geilsten Sätze. Vielleicht sollte ich da nicht runterfallen. Oh! Aber da sollte ich aber keinen. Also ob runterfallen generell etwas Gutes wäre. Naja, in diesem Spiel vielleicht schon. Ich könnte Fussball spielen. Yay, Fussball! Den können wir noch mitnehmen. Nein, okay. Vielleicht auch nicht. Wäre ja etwas gewesen. Hätte ja können sein. So. Ähm... In diese Richtung kommen wir nicht wirklich weiter, so wie man es uns nicht sieht. Dort hinten ist ein Pulgerin. Aha! Okay. Bäh! Nein! Bäh! Ah! Und schweben, 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 schweben. Nein! Wie mache ich das am besten? So vielleicht. Das war vielleicht etwas Cheater, aber... Hey! Ich habe die Pulgerin Position gefunden. Ähm... Sprechen Sie mit Pulgerin. Ich würde gerne... ... unsere... ... unsere Schusswaffe aufrüsten. ... was das geht. Geht nicht. Okay. Tut mich auch. Es geht tatsächlich nicht, hm? Wir können unsere Sensen aufrüsten. Die ich momentan nicht wirklich brauche. Und den Rest... ... haben wir auch schon. Ja gut. Wulgrim, du bist sehr unnütz und wir brauchen dich nicht. Also vielleicht brauchen wir dich irgendwann. Aber momentan geht nicht. Das Rucker ist viel einfacher. Why? Gut. Dann begeben wir uns jetzt weiter zu dem Punktli. Yes! Verwischt. Yeah, wir haben ja volle Leben. Seltener Anblick. Momentan mal. Kann ich da irgendwie zielen? Kann ich tatsächlich. Äh... Stirb. Schön. Haha. Autsch. So, da. Du stirbst jetzt auch. Ich kann leider nur noch mal ein Auto krallen mit zu teilen. Äh... Sieht das aus, als gäbe es da noch irgendein Secret? Ich meine... Es sieht... Also ich meine, es sieht schon genau aus, als gäbe es da ein Secret. Fragisch. Gibt es da ein Secret? Wer weiß. Wir finden es raus. Äh... Da hinten vielleicht? Hinterher noch nicht vorsteht oder so? Irgendwie auch nicht so, hm? Mann! Sie waren da vorne immer so grosszügig mit Secrets und jetzt so. Hallo Zombies! Können wir wieder rauf? Tatsache. Gut, ich lauf dir mal da oben, hm? Die haben jetzt auch keine Secrets. Oh! Was bist du? Äh... Kann ich dich einfach von da oben abballern? Kann ich tatsächlich! So, so langweiligste Let's Play auf der ganzen Welt... Oh, der kommt da oben! Scheisse! Ich habe nicht gesagt. So langweilig kann er nicht da oben runterkommen. Jetzt hast du mal die Zombies da gekillt, bevor wir dann ein Query kommen. So! Du willst also spielen? Autsch! Ich habe das Pattern von diesem schon wieder vergessen. Weil der ist ein wenig schwerer. Oh! Okay. Der ist generell ein wenig schwerer. Weil er... Ein frischer... Alter! Weil er ein frischer ist. Also ein frischer... Mit frisch meine ich... Wuuu! Jee! Wuuu! Ne! Wuuu! Sollen wir da hinten machen? Gut. Eishorn ist weg. Mit... Äh... Frisch... Habe ich frisch gesagt? Also ich meine halt einfach, dass der... Einer von den... Veränderten ist. So mit blauen Streifen halt. Rüschig, dass die alle blauen Streifen haben. Und... Wie ist das gewesen? Muss ich ihm beide Hörner abjagen und dann nochmal? Oder reicht das schon? Das reicht schon, okay. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Kommt nochmal einer, oder was? Die Körer hat nichts. Dort hinten hat es eine Kiste. Die Frage ist, wie komme ich in der Tube? Mit dem Ding dort. Kann ich das einfach abschiessen? Das ist okay. Hey, die Waffe ist ja doch für etwas gut. Okay. Ähm... Und jetzt? Wow! Du nimmst das Ding wieder hoch. Das ist mir verarscht. Und jetzt? Ah! Ah! Mein persönlicher... Ähm... Ja, immer wenn man das nennen will. Lift. Aber... Ich schaue auf die Uhr und ich sehe... Oh, Blue Bad. Kriegen mehr und mehr von Hassenvögeln. Generiert noch schneller Chaos. Was eigentlich gar nicht schlecht könnte sein für Endkämpfe. Ähm... Oder halt so Massenkämpfe. Ich habe auf die Uhr geschaut und gesehen, dass es schon wieder Zeit ist, dass ich die Folge beende. Äh, ich hoffe es euch jetzt gefallen. Falls nichts, schau in den Kommentaren an. Segen wir, was ihr besser machen könnt. Falls ja, könnt ihr auch einen Kommentar anschauen und vielleicht auch liken. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Darksiders. Tschüss! Tschüss!